Musik Ein Jahr nach Baubeginn. Zwei Speicherbecken sind ausgehoben, die Erdarbeiten abgeschlossen. Es beginnt die Installation der Fördertechnik. Die Entnahmestelle am tiefsten Punkt von Becken 2 ist jetzt eingefasst. Von hier aus muss das Wasser 10 Meter hoch zur Dammkrone, verteilt auf sechs Pumpenschächte. Die Bauleute nennen diese Rohrverbindung auch das Hirschgeweih. Die gleichen arbeiten später an Becken 1 mit den Anschlüssen für die Pumpenschächte. Hier besteht ein Unterschied zwischen den Becken. Für den hohen und stoßweisen Wasserbedarf der Frostberegnung im Bereich Unterfeld hat das Becken 1 zwei Entnahmestellen. Hirschgeweih und Brunnenrohre sind wenig später in den Wänden verschwunden. Die Pumpenschächte ragen aus der Dammkrone von Becken 2. Von oben und mittlerweile eingefasst von einer stabilen Betonhülle sieht das so aus. Hier geht es 10 Meter in die Tiefe. Jetzt wird der Untergrund vorbereitet für das Technikgebäude im Bild vorne links. Mit den Anschlüssen zum Becken und den Leitungen in die Plantagen. Die zwei großen Rohre vorne rechts sind für die Frostberegnung. Außerdem Leerrohre für die Stromversorgung und für Datenkabel. Das Technikgebäude wird das Herzstück der Anlage mit Verteilung, Filtration, Ventilsteuerung, Elektronik. Es ist sehr stabil gebaut, auch weil es ein tragendes Element in der Dammkrone bildet. 35 Tonnen schwer, gleichzeitig ein Präzisionsteil, das zentimetergenau mit allen Anschlüssen passen muss. Zu den Beobachtern an diesem Tag gehört auch Michael Rönn, Mitglied im Wasser- und Bodenverband, damit einer der Bauherren. Für seinen Betrieb ist die Bewässerungsanlage eine Zukunftsfrage. Sie soll die künftigen Ernten sichern. Allerdings bedeutet es zunächst eine erhebliche Investition. Ja, bereitet einem auch etwas Kopfzerbrechen, besonders bei der jetzigen wirtschaftlichen Lage. Aber wir Obstbauern denken eigentlich immer langfristig, weil unsere Kulturen schon langfristig angelegt sind. Also die Entscheidung, die ich jetzt treffe, muss für mindestens 25 Jahre passen. Und so ist das hier bei diesem Bewässerungsbecken letztendlich auch gewesen. Einen ganzen Tag dauert der Aufbau. Dann ist hier alles vorbereitet für die Installation der Filter, Ventile und Steuerungstechnik. Über den Winter gehen die Arbeiten weiter und im Januar 2023 ist das Becken vollständig geschlossen. Die Plane in der Kälte rundum gestrafft. Mittlerweile ist auch der Filter auf der Entnahmestelle montiert. Und es sammelt sich bereits Regenwasser. Was jetzt stattfindet, die Anbindung der Rohrsysteme an das Technikgebäude. Alle Hauptversorgungsleitungen laufen hier zusammen. Die Druckleitungen für die Frostberegnung. Die Wasserversorgung für die Tropfschläuche in den Plantagen. In den Wochen zuvor gab es reichlich Niederschläge. Und bei einer weiteren Baubesprechung zeigt sich, wie ergiebig die lokale Gewinnung von Oberflächenwasser tatsächlich funktioniert. Inzwischen haben wir auch gute Nachrichten, weil wir sehr, sehr gute, mächtige Drainagewasser bekommen. Dieses Drainagewasser dürfen wir anwenden und wird in einem Schacht da vorne zwischengespeichert und je nach Volumen im Speicherbecken befüllt. Wir haben in diesem Winter enorm sehr viele Zuflüsse gehabt. Allein die Niederschläge konnten hier meines Erachtens das Becken zur Hälfte befüllen. Und das zeigt, dass eine Kombination von Niederschlagsammeln und weiteren Quellen wird sich definitiv lohnen. Was sich jetzt schon aus den Drainagen sammelt, wird noch abgepumpt. Insgesamt ein anhaltender, kräftiger Fluss von Regenwasser, direkt hier am Ort gewonnen. Auch im Technikgebäude gehen die Arbeiten voran. Der Aufbau ist jetzt klar zu erkennen. Leitungen, Filter, Ventile, auch die Stromanschlüsse sind vorbereitet. Ortswechsel zu Becken 1, später im Jahr, bei trübem Novemberwetter, kommt auch hier das Technikgebäude an. Ein finales Teil, es muss ganz genau auf die vorbereiteten Anschlüsse passen. Lukas Mürzig von Iriport und Guido Brünagel, der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes, überprüfen noch einmal den Sitz des Gebäudes. Anderthalb Jahre nach Baubeginn ist für die Bauherren langsam ein Ende des Projektes abzusehen. Heute ist das Technikgebäude gesetzt worden. Ich denke, dass das okay, also dass das gut sitzt. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Also die Obstbauern, wir warten natürlich alle da drauf, dass wir fertig werden. Wir hätten das gerne auch schon etwas vorher gehabt, aber das war leider nicht wirklich. Es dauert seine Zeit. Letzte Arbeiten an den beiden Entnahmestellen mit den Filtern von Becken 1. Und im Frühjahr 2024, zwei Jahre nach Baubeginn, tritt das Projekt in seine letzte Phase. Der Tag, auf den alle gewartet haben. Die Speicherbecken werden befüllt. Die Auslegung der Becken ist für den Frostschutz berechnet. Das ist für die Kultur das Kritikste. Anfang Dezember wurde angefangen, es zu füllen. Etwa 10 Tage wurde durchgehend gefüllt. Und jetzt ist es quasi zu zwei Drittel gefüllt. Und in dem Zustand bleibt es jetzt. Wir brauchen quasi keine 100%-Füllung, da in der ganzen Zeit noch Niederschläge dazu gekommen sind, die das Becken ja auch noch nachfüllen. Das ist Wassermanagement. Die Befüllung fand nur in der Zeit von Wasserüberschuss in der Talsperre statt. Was man auch gut sieht, die Becken werden nicht bis zum Rand befüllt. Der oberste Teil bleibt frei und schafft damit zusätzlichen Rückhalteraum. Nebenher ein Beitrag zum Hochwasserschutz. Zwei große Installationen bleiben am Becken 1 noch zu tun. Die Pumpen und die Filter. Das wassersparende Beregnungssystem für den Frostschutz ist auf sehr reines Wasser angewiesen. Deshalb kommt hier ein System zum Einsatz, das bisher in Industrieanlagen und im Schiffsbau verwendet wird. Was Sie hier sehen, ist ein Filter. Das Wasser, das wir in Speicherbecken einspeisen, bekommt in gewisser Zeit, sagen wir, gewisse Belastungen. Blätter werden reinfallen und gewisse organische Teile werden sich bilden. Und weil wir hier 50 Hektar Frostberegnung haben, die sehr sparsam mit Wasser umgeht, wir haben sehr spezielle Düsen, die eine ganz kleine Öffnung haben und die dürfen nicht verstopft werden, wird das Wasser hier sensual hoch gereinigt. Und was Sie hier sehen, ist ein vollautomatischer Filter, die, sagen wir, für das erste Mal in Deutschland und vielleicht in den Bewässerungsmarken in Einsatz kommt und ist in der Lage, auf so einer kleinen Fläche 1000 Kubikpro Stunde Wasser reinigen. Ein zweiter, kleinerer Filter sichert das System im Fall einer Störung zusätzlich ab. Hier die Leitungen am Ausgang des Technikgebäudes in Richtung Plantagen. Die große Hauptleitung für den Frostschutz, der sogenannte Bypass für den Notfall. Die viel kleinere Leitung schließlich wird im Sommer alle Tropfschläuche versorgen. Eine Woche später rückt noch einmal der Kran an. Die Pumpen werden installiert. Vier starke Unterwassermotorpumpen für die Frostberegnung. Ihre Leistung insgesamt 400 Kilowatt. Plus eine kleine Pumpe für die Tröpfchenbewässerung. Die Unterwassermotorpumpen mit den Druckrohren werden eine nach der anderen eingefädelt und in 10 Metern Tiefe eingehängt. Sommer 2024. Die Speicherbecken sind gefüllt, die Technikgebäude betriebsbereit. Hier die Technik von Becken 1. Hinten der Filter für die Frostschutzberegnung im Unterfeld. Davor der Sicherheitsbypass. Und im Vordergrund die kleine Leitung für die Tröpfchenbewässerung. An demselben Sommertag das Speicherbecken 2. Hier sind es drei Leitungen für die umfangreichere Tröpfchenbewässerung im Oberfeld und zwei Filter für die Frostschutzberegnung. Was diese Anlage auszeichnet, sie beansprucht, selbst in dieser Größe, kein Grundwasser. Eriport Consulting plant solche Anlagen immer mit dem Blick auf höchstmögliche Effizienz des Wassers und der nötigen Energie mit Einsatz der bestverfügbaren Technik. Das Ergebnis, vergleichsweise sparsamer Bau und niedrige Betriebskosten. Wir als Eriport mit unseren Erfahrungen und den Entwicklungen, die wir hinter uns haben, mit all diesen detaillierten, integratorischen Funktionen, die wir geleistet haben, sind die richtige Schnittstelle. Wir versuchen, alle diese Akteuren zu vernetzen, informieren, bilden, schulen. Und wir haben im Zuge von dieser Entwicklung feststellen müssen, dass wir ein riesengroßes Potenzial haben, Wasser und Energie zu sparen. Und das ist unsere Rolle. Wir möchten gerne für unsere zukünftigen Generationen sorgen, dass sie ihre Sicherheit haben, dass sie Wasser und Energie sparen können, dass sie uns als eine fortgeschrittene Unternehmer in Betrachtung nehmen. Nach zwei Jahren Bauzeit sind die Speicherbecken und die Bewässerungstechnik mit Pumpen und Filtern betriebsbereit. Im dritten Teil unserer Dokumentation über die Bewässerungsanlage des Wasser- und Bodenverbandes Ersdorf gehen wir hinaus in das Projektgebiet und zeigen den Bau des Versorgungsnetzes.